hallo grüßt euch ein neues video zum thema ja spülmittel wir haben uns ein spülmittel hergestellt und zwar das gleichzeitig auch desinfizierend ist das ist besteht aus essig orangenextrakt und natron das haben wir hier in dieses joghurtglas gefüllt und oben von dem sprüher ja diesen einsatz hier in den deckel gemacht damit wir das immer wieder füllen können genau und das natürlich spülmittel eins und spülmittel zwei muss natürlich ja eine art glitze schwamm sein oder faser die sehr viel aushält reißfest ist waschbar ist die einfach gut strapazierbar ist und wir haben jetzt in der kombination aus diesen zwei sachen haben wir also einmal was fungizides also was wirklich die oberfläche reinigt von keimen gleichzeitig wird der schwamm auch gereinigt und desinfiziert und dann halt unser geschirr auch unsere hände und dergleichen also man kann das sozusagen für die werkstatt auch benutzen aber auch für zu hause ich habe mir jetzt einfach hier ein altes kirschglas genommen und die handfasern eben rein gefüllt so kann ich also von oben immer auch in bauschalt rausziehen und kann dann damit arbeiten und das habe ich jetzt hier mal vorbereitet also eine handvolle sehr strapazierfähige faser auch verrottungs resistent also eine sehr stabile faser wie gesagt kann man sehr starke seile auch einfach draus machen und als wolle wird das natürlich in der dämmbereich im ökologischen dämmbereich vertrieben und ich habe einfach einen tipp bekommen von einem freund hier benutzt es doch mal als glitze schwamm ich habe da gute erfahrungen gemacht und ja bei mir war es genauso also ich kann euch nur das bestätigen was man da machen kann und so sprühe ich einfach quasi jetzt hier meine wolle damit ein ich kann auch hier aus meinem set heraus kann ich natürlich auch noch rosskastanien stellst du die scharf ja 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 genau rosskastanien auch natürlich in mein mittel auch rein machen das wäscht natürlich auch seifenstoffe mit rein also die saponinen und da muss man allerdings in kombination mit orange darauf achten beziehungsweise auch noch zugabe von alkohol dass das halt länger haltbar gemacht wird dass ihr da also dass es nicht kippt und dann könnt ihr also hier auch mit einem ökologischen waschmittel dann entsprechend arbeiten wasser marsch und dann könnt ihr eure sachen sauber machen wie gesagt es hat eine starke abrieb wirkung dadurch dass die faser auch sehr reißfest ist also es fühlt sich sehr 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 ja ja rau an diese faser und damit das ganze dann gut abtrocknen kann zum schluss wenn ihr fertig seid einfach diesen die handfaser lose auseinander ziehen und in hier so ein kleines schälchen legen und ihr könnt natürlich auch hier noch in euer waschmittel auch noch mal ein bisschen nelkenöl rein geben einen kleinen schuss ein zwei tropfen dann gibt es auch noch mal einen schönen duft der sich in dem raum verbreitet also habt ihr mehrere fliegen mit einer klappe geschlagen glitzy schwamm der gleichzeitig gewaschen wird der gleichzeitig als kleiner duftspender halt dient für den werkstatt bereich für die für die küche okay soweit mal hier von der lebenshaus werkstatt und dann wünschen euch gutes gelingen bis dahin tschüss